Morgen steigt das große Champions-League-Finale und einer hat ja schon gesagt, er wird definitiv bei Liverpool im nächsten Jahr bleiben, das war Mo Salah. Aber der andere Topstar, und zwar Sadio Mane, der hat sich nicht so deutlich geäußert, da gibt es, das wissen wir alle, Interesse von den Bayern. Und am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich so, uh, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Mittlerweile scheint es eben doch so zu sein, dass die Bayern wohl ganz gute Chancen zu haben scheinen auf Sadio Mane. Er hat sich jetzt zum ersten Mal geäußert und sagte folgendes gegenüber der Daily Mail. Okay, die Antwort, die ich Ihnen jetzt geben kann, ist, dass ich mich sehr gut fühle und mich voll auf das Spiel am Samstag konzentriere. Das ist die Antwort, die ich vor dem Finale geben muss. Aber kommen Sie am Samstag wieder zu mir und ich werde Ihnen die beste Antwort geben. Jetzt wollen wir erst einmal gewinnen. Okay, das ging für mich so ein bisschen so, als ob er sich das doch mit den Bayern sehr stark überlegt. Weil wenn er sagt, okay, ich konzentriere mich aufs Spiel am Samstag, das ist alles, was ich jetzt sage, kommt aber Samstag wieder, dann sage ich euch noch was. Das ging ja so ein bisschen, was sollte er jetzt nicht sagen, was er am Samstag nach dem Spiel sagen kann. Wir erinnern uns zum Beispiel, Real Madrid gegen Liverpool damals hat nach dem Finale, hat Ronaldo verkündet, er will gehen. Das sagt man nicht vor einem Finale. Wenn man aber bleibt wie ein Mo Salah, dann sagt man das vor dem Finale, weil es ja das Team nochmal pusht. Also für mich sieht das so ein bisschen aus, als ob Mane wirklich mit dem Gedanken spielt. Wobei wir natürlich nie wissen, seit Kylian Mbappé, ob er nicht auch den Mbappé macht und so nur einfach einen größeren Vertrag raushandeln will. Das weiß man nie, müssen wir abwarten. Aber die Bayern scheinen auf jeden Fall doch eine ganz gute Chance zu haben, bieten angeblich 30 Millionen, Liverpool will mindestens 50. Da werden wir sehen, was da passiert. Ich halte euch auf dem Laufenden, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.